Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV natürlich mal wieder und die FAQs stehen auf dem Programm. Ihr habt ja in den letzten beiden Videos ein bisschen kommentieren können, was so eure Fragen an mich sind und ja, die werden an der Stelle jetzt auch beantwortet. In diesem Sinne, viel Spaß! Die erste Frage, die kommt von Julia Meier. Was sagst du über GAK? Also über den GAK schätze ich mal. Was gemeint? Ja, der GAK, okay, ist eine Traditionsgruppe in Österreich, bla bla bla. Ich mag sie nicht. Das ist jetzt die Kurzversion. Ich mag sie nicht einfach aus der natürlichen Rivalität und diese natürliche, wie soll ich sagen, Abneigung gegen diesen Verein. Allein die Farben, dieses Rot. Also der GAK ist definitiv nicht mein Fall. Andererseits gehören sie in die Bundesliga. Das ganz klar. Also wenn ich neutral das Ganze betrachte, der GAK, ein Traditionsgruppe. Sie sind ja sogar älter als wir ein bisschen. Aber ja, für mich der Verein, der unter anderem die unsympathischsten Spieler überhaupt rausgebracht hat in der Bundesliga. Ein Martin Ammerhauser, ein Roland Kollmann, ja, ein Brunnenmeier auch, wenn er bei uns war. Ich habe den gehasst bei den Roten. Wie sie alle geheißen haben. Also da Alma, der Keeper von ihnen. Boah, also nein. Also der GAK ist schon eine ganz, ganz eigene Nummer. Auch Walter Schachner als Trainer. Bitteschön. Also ja, ich habe wohlwollend, sage ich ganz ehrlich, zur Kenntnis genommen, dass in die Regionalliga aufgestiegen sind. Aber ansonsten, ja, habe ich mit dem Verein nicht wirklich was am Hut. Nichtsdestotrotz, es wäre gut für die Bundesliga, weil der GAK ja doch eine gewisse Fanbase hat. Da ist nicht drüber wegzudiskutieren. Die man durchaus auch respektieren muss, würde ich sagen. Zumindest die, die den Weg wirklich in die letzte Liga dann mit angegangen sind und eben wirklich den Durchmarsch mitgemacht haben. Also das sind für mich dann auch echte Fans. Und ja, alle anderen, die sich quasi da wirklich so abwenden und dann sagen, okay, wir sind erst wieder dabei, wenn der Verein gut ist. Das sind für mich dann Heuchler, ganz ehrlich. Deswegen, ach, GAK, es ist gut, wenn sie wieder in der Bundesliga sind. Es wäre, glaube ich, auch gesund für unseren Verein, weil man vielleicht dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dann auch wieder ein bisschen mehr stärken würde. Es ist halt nicht das Gleiche, wenn du gegen Rapid oder Austria spielst, als wenn du gegen die GAK spielst. Das ist der Rivale aus der eigenen Stadt. Das ist nochmal ein ganz anderer, ein ganz anderes Level von Emotion. Und ja, ich sage ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass sie wieder in die Bundesliga kommen und dass wir wieder Derbys in Graz sehen. Denn das würde, glaube ich, wirklich der ganzen Stadt gut tun. Und ja, soviel dazu. Das ist eben mein Statement zum GAK an der Stelle. So, als nächstes fragen StefanGamerXD und Tode68Knapp im Grunde dasselbe. Willst du wieder Gaming-Videos machen? Beziehungsweise kannst du wieder Gaming-Videos machen? Und ja, ich möchte gerne wieder welche machen. Aber ja, ob ich dazu komme, das steht leider auf einem anderen Blatt. Es sieht eher nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Also, versprechen kann ich es euch auf keinen Fall. Ich hätte wirklich Lust drauf. Aber im Moment komme ich selber wirklich nicht mal so zum FIFA-Spielen. Also, ist ein Let's Play im Moment leider in weiter Ferne. Da fehlt einfach die Zeit. Und ja, deswegen wird es vermutlich auch, sage ich, in der neuen Saison keine Let's Plays geben. Sollte sich daran irgendwie was ändern oder ich irgendwie zeitlich mehr rausholen können, dass sich das wirklich ausgeht, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Aber es sieht leider nicht danach aus. Ja, tut mir leid. Scheußengeyer kommt die Frage. Scheußengeyer wechselt ebenfalls zu Wiener Austria. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ehrlich gesagt, juckt mich das relativ wenig. Also, Scheußengeyer zu Austria könnte passen. Ich sehe Scheußengeyer jetzt nicht ganz insgesamt, nicht ganz so schwach wie viele andere. Auch wenn er von mir eben in der Spielerbewertung eine schlechte Note auch bekommen hat. Aber trotzdem ist er, also ich glaube nicht unbedingt, dass er die Austritts wirklich verstärken wird. Ich bin echt gespannt, ob er gleich Stammspieler dort sein wird. Aber dass er uns jetzt verlässt, okay, das war ja sowieso länger schon vorab zu sehen. Und man muss auch sagen, er hat jetzt nicht die Top-Leistungen gebracht, dass man ihm jetzt seine Träne nachweinen müsste. Also von dem her, es ist verschmerzbar. Da haben andere Transfers viel mehr geschmerzt. Thorsten Röcher beispielsweise tut mir schon ziemlich weh. Und natürlich auch ein möglicher Abgang von Schul wäre auch eine bittere Geschichte, auch wenn es Geld bringen würde. Also generell jeder andere Abgang hat mich bis jetzt, außer vielleicht der von Puchreger, noch mehr geärgert als jetzt der Abgang von Scheußengeyer. Also von dem her, ja, soll er in Wien glücklich werden. Mein oder Harpi und Olli123 fragen quasi dasselbe. Was ist deine Meinung zur Liga auf Stockung mit zwölf Mannschaften? Prinzipiell bin ich dem Ganzen relativ positiv gegenüber eingestimmt, weil ich es gut finde, dass eine Veränderung auf jeden Fall mal kommt. Auch wenn man sagen muss, dass das Theater da mit St. Pölten und Wiener Neustadt ja nicht gerade zuträglich für die Liga ist. Aber ich glaube, die Relegation gibt es ja nur in dieser einen Saison. Also von dem her, ja, schauen wir mal da darüber hinweg und überhaupt interessant, was an der Stelle dabei rauskommt. Aber ansonsten finde ich es ganz gut. Also auch das mit den Playoffs, man muss abwarten, wie sich das Ganze dann wirklich in der Praxis darstellt. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Der Sinn dahinter soll ja sein, dass die besseren Mannschaften wirklich ihre vier Duelle beibehalten. Also für uns sollte es ein Vorteil sein, dass man viermal gegen Salzburg und Rapid und so weiter spielt und jetzt nicht jedes Mal viermal gegen Wolfsberg oder St. Pölten. Also einfach mal schauen. Ich bin da gespannt drauf. Ich glaube, es könnte der Liga gut tun. Eben auch da mit der Punktehalbierung dann nach etwas mehr als 20 Runden. Ich glaube auch, das könnte vielleicht ein bisschen Spannung reinbringen, dass alles etwas näher zusammenrückt. Es geht im Endeffekt ja nur darum, ob man an Salzburg näher rankommt oder nicht. Für den Rest der Liga mehr oder weniger. Und ja, ich bin da positiv gestimmt und ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Wir werden schauen, was da rauskommt. Ich möchte außerdem noch wissen, ob ich über allgemeine Top-Transfers innerhalb der Liga in der Pause reden kann. Naja, prinzipiell schon. Na klar, der Fokus liegt bei mir aber natürlich klar auf Sturm. Also das ohne Wenn und Aber, das hat immer Vorrang. Wenn es sich ergibt, auf jeden Fall glaube ich, wäre es ganz interessant, eben über die allgemeinen Transfers und ein bisschen so die Verstärkungen der Konkurrenten eben auch zu quatschen. Also da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, was zu machen. Und ja, ich denke, das ist auch nicht utopisch. Also ist schon ein realistischer Wunsch und ich glaube, das werde ich in Angriff nehmen. Wenn da nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, dann werde ich das glaube ich machen. Ja, der würde gerne wissen, was ich beruflich mache. Ja, also ich bin Vollzeit beschäftigt. Ganz genau würde ich da jetzt nicht drauf eingehen, wo ich arbeite. Aber so viel, ich habe schon mit Leuten zu tun. Und ja, verdiene sehr, sehr wenig an der Stelle. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, du bist mit der Antwort zufrieden. Ich verdiene viel zu wenig. Also ja, beruflich gibt es sicher noch Steigerungspotenzial bei mir. Ja, aber eben, ja, vom Herz her ist sowieso, bin ich beruflicher YouTuber, auch wenn ich dafür nichts bekomme. Und ja, ich hoffe, die Antwort reicht dir, Julian. Von Günter Kerbler. Hast du vom Grotzurek-Gerücht gehört und wen würdest du als Röcher-Ersatz holen, fragt er. Und naja, also vom Grotzurek-Gerücht natürlich habe ich davon gehört, das ist ganz klar. Als Ersatz für Röcher käme mir, also an Gebauer ist man ja dran. Auf jeden Fall Gebauer in den Sinn. Mit Grotzurek ist ja eher mehr Stürmer. Der kann aber auch links Flügel, was ich mich erinnere, glaube ich, spielen. Also das wäre eine Ideallösung, muss ich sagen, von den Positionen her, dass du einen hast, der ganz vorne spielen kann, aber auch auf dem Flügel ein bisschen ausweichen könnte. Und dann ist mir noch Karim Onisivo so in den Kopf geschossen. Der ist ja bei Mainz so ein bisschen auf dem Abstellgleis, glaube ich. Der Marktwert knapp halbe Millionen. Da könnte man, wenn er zu Sturm möchte und Mainz ihn loswerden wollen würde, durchaus was bewerkstelligen. Das wäre natürlich schon ein richtig, richtig guter Transfer, würde ich mal sagen. Auch so mit Mitte 20. Also wäre vielleicht sogar, also sollte jetzt Gebauer nicht funktionieren, ja dann doch wirklich die erste Wahl an der Stelle. Also Onisivo würde gut zu Sturm passen, denke ich. Hat ja wirklich eine starke Zeit in Mattersburg gehabt. Und naja, vielleicht können wir den da wieder auf dieses höhere Level pushen. Der wird wahrscheinlich dann auch beim nächsten Angebot gleich wieder weg sein. Aber gut, damit muss man ein Sturm finden in diesen Tagen sowieso leben. Es hilft ja nichts. Aber der könnte uns zumindest kurzfristig sicher helfen. Und ja, wäre so mein sonst obligatorischer Röcherersatz an der Stelle. So, das war es dann auch schon wieder von mir, von diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich konnte eure Fragen adäquat beantworten. Und wenn ihr in Zukunft mehr Lust auf weitere solcher Videos, solcher FAQs habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann wird es in Zukunft sowas sicher auch das ein oder andere Mal mal wieder geben. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das Video beenden, bin ich auch am überlegen, ob wir da nicht sowieso mal so ein kleines, ja kleines, intimes TheLanceTV Fan-Treffen veranstalten. Einfach so in einer kleinen Runde, dass man da einfach mal sich in Ruhe unterhalten kann. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ja, vielleicht macht man dann eben als TheLanceTV Community an der Stelle auch mal was. Ja, und dann war es das jetzt aber auch wirklich von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLanceTV, dem Black Table im Hinterkopf schon haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.